hier ist schon ein paar Karte drin das sah gar nicht übel aus das hat sich auch recht übel auch gefühlt in der N kurve ich glaub ich mach ein bisschen luft rein das ist alles neu ok ja gut für mich ist alles neu wie wa wo 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 der öffel der baum ja der table und die linkskurve die waren interessant das war so recht eng war was ich habe gerade nicht so kunden abgehört jetzt kann ich das rutschen mit dem hinderrad woops Ah also sauber fahren ist was anderes also sauber und flüssig ist auch was anderes bei mir ja das wäre nicht so verkehrt wenn ich ein bisschen klaue ich jedenfalls mal heidernei heidernei definitiv fühlt sich das jetzt ein bisschen anders aus mit mehr luft im reef aber ein bisschen mehr feedback was ohne grund auch gibt ja wenn man sich wieder nicht entscheiden kann oh das war mal ein zack sattel tust du jetzt sack sattel tust du jetzt sack ja weiter runter machen kann ich nicht ich bin schon auf dem minimum da ich euch jetzt die klammer löse da ist das ein gruppe was ja 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 woop wir müssen falsch fahren, wir müssen da hin wie falsch? wieso fährst du falsch? ja, hühnerlein da ouch alles gerade, kommt nichts also, die wall mit schwindigkeit nehmen hast du das gelernt oder hab ich das gerade gelernt? rechtes pedal ist da voll drauf ich guck gerade das ist was zu viel drin wo ist der einsteller von deinem dämpfer? der einsteller von deinem dämpfer? ja, da war eben ja, hatte keine acht darauf, damit die am ende doch so steil wird ja 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 schön wenn man versucht eine line zu fahren, wenn man keine line hat ja 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 gut, hohes tempo haben wir eh nicht, aber ja aber es ist schon schön wenn man versucht eine line zu fahren, wenn man keine line hat ja 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 oh ja 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 doch, die müsste eigentlich gehen ok, probieren wir das nächste Mal ja doch, dann sind wir die das war dämlich kein kommentar jetzt machen wir kurz wua kramsböhn wua wua kramsböhn bootekontakt mit dem pedal kramsböhn 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 Okay. der war schlecht auch g'fahrer und ich steh links scheiße so 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 so